Hier präsentieren wir die 5 besten Blu-ray Player Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Panasonic DMP BDT 167 Ick Kompakt der 3D Blu-ray Player. Panasonic macht seine Produkte nur mit einem Zweck, um ihr Leben zu erleichtern. Der Panasonic 3D Blu-ray Player ist bis ins kleinste durchdacht. Die Einstellung ist kinderleicht und kann besonders schnell durchgeführt werden. Das Gerät wird per Fernbedienung gesteuert. Der Blu-ray Player kann auch fast alle Formate problemlos abspielen, da diese alle Codex unterstützt. Er hat auch einen HDMI-Ausgang zum optimalen Nutzung von Blu-ray Player, PCs, HD-Camcoder und mittlerweile auch für viele Smartphones. Auf der vorderen Seite des Geräts gibt es einen USB-Anschluss, dass Sie einen USB-Stick oder eine externe Festplatte darin einfach einstecken können, um verschiedene Mediadaten anzusehen. Es gibt auch einen Ethernet-Port, dass Sie den Zugriff auf das Internet haben. Nummer 4. Pioneer BDP 180 S3D Blu-ray Player Mit dem Pioneer Blu-ray Player erhalten Sie ein gutes Multimedia-Gerät, mit dem Sie Filme, Fotos ansehen und Musik hören können. Dieses Modell kann auch Blu-rays, DVDs, CDs abspielen und hat zwei USB-Anschlüsse, dass Sie die Daten von einem USB-Stick oder einer externen Festplatte wiedergeben können. Der Blu-ray Player kann auch fast alle Audio- und Video-Formate dank Codex problemlos abspielen. Wenn Sie zu Hause ein virtuelles Netzwerk haben, dann können Sie mit diesem Player den Zugriff auf die Multimedia-Daten erhalten, die auf Ihrem PC oder Ihrer NAS-Festplatte gespeichert sind. Mit einem Ethernet-Board kann man an das Heimnetzwerk mittels eines RJ45-Kabels einfach anschließen. Das garantiert die Datenübertragung in kabelgebundenen Netzwerken mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabit Schrägstrich ist. Dank YouTube Streaming Client können Sie die Videos selbst in 4K Ultra HD einfach ansehen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Samsung BDJ 4500 A Blu-ray Player Samsung verwendet immer smarte Technologien für seine Produkte. Der Samsung BDJ 4500 A Blu-ray Player ist keine Ausnahme. Dieser Player hat verschiedene Funktionen, die die Handhabung des Modells deutlich erleichtern. Mit diesem Blu-ray Player erhalten Sie auch maximalen Genuss beim Anschauen von Videos. Mit der BD-Weiß-Funktion führt er eine automatische und optimierte Bildeinstellung zwischen TV- und Heimkinoanlage durch. Das Bild wird in diesem Fall viel schärfer und tätierter. Wenn Sie ein Video oder Foto mit Text herunterladen, dann kann die BD-Weiß-Web-Future-Funktion ihn erkennen und lesbar machen. Aber das ist nicht alles. Diese Funktion kann auch das Seitenverhältnis eines Videos erkennen und die Darstellung auf dem Bildschirm von TV adaptieren und vergrößern ohne schwarzen Rand am Bildschirm. Was die Formate betrifft, so kann der Samsung Blu-ray Player alle modernen Audio- und Videoformate, einschließlich Flag problemlos wiedergeben. Der LG Blu-ray Player hat im Vergleich zu anderen Modellen einen erstaunlich niedrigen Preis. Allerdings hat dieser viele Funktionen und wir möchten darüber erzählen. Erstens kann dieses Modell die Film- und Musiktracks von Blu-rays, DVDs und CDs wiedergeben. Dieser Blu-ray Player ist auch mit den vielen modernen Audio- und Videoformaten kompatibel. Zweitens besitzt dieser einen eingebauten Full-HD-Decoder. Was beim Anschauen der DVD-Filme besonders wichtig ist, der Prozessor verarbeitet ein Ausgangsbild und erhöht die Auflösung von 480p oder 576p bis zu 1080p. In einfachen Worten macht das Gerät das Bild viel schärfer. Selbst wenn Sie einen Film auf einem großen Bildschirm ansehen, dann werden alle Details auf dem Bild maximal scharf. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sony BDPS 6700 Blu-ray Player Auf dem Markt gibt es eine große Palette von Blu-ray Playern, die sich voneinander deutlich unterscheiden können. Der Sony 4K Blu-ray Player hat einen integrierten LAN- und Bluetooth-Modul, sodass Sie diesen mit anderen Geräten einfach verbinden können. Das ermöglicht die kabellose Datenübertragung. Es gibt auch die Möglichkeit, das Video-Streaming zu machen. Das ist ein wichtiger Vorteil. Dieser Blu-ray Player ist auch mit der Smart-Funktion ausgestattet, mit der Sie verschiedene Apps einfach herunterladen können. Sie erhalten auch den Zugriff auf die Videoservices wie YouTube, Netflix, Amazon Prima und viel mehr. Was die Bildqualität betrifft, so ist der Blu-ray Player mit der eingebauten 4K-Up-Scaling-Technologie ausgestattet. Dank dieser Technologie verwandelt sich das Full-HD-Signal in das 4K-Ultra-HD-Signal. Auf diese Weise wird das Bild schärfer und realistischer. Dafür benötigen Sie einen 4K-Fernseher mit der Auflösung von 3840 x 2160 Pixel. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.